Vater, wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Liebe, die du uns gezeigt hast, die feststeht. Wir beten, dass du uns wirklich diese Liebe auch tief hineingießt in unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist heute Morgen. Wir beten, dass jetzt, wenn wir dein Wort lesen und darüber nachdenken, dass du sprichst durch deinen Geist, Herr. Herr, wenn du nicht sprichst, dann ist das alles hier umsonst, Herr. Wir beten, dass dein Geist wirkt in der Verkündigung und in der Lehre deines Wortes. Und beten, dass du uns hilfst, mir beim Reden, uns allen beim Hören. Jesus, wir brauchen dich, wir brauchen dein Wort und wir danken dir. Du hast zugesagt, dass dein Wort wie ein Wasserbad ist für die Gemeinde, indem wir gereinigt werden, indem wir richtig schön gemacht werden. Als Vorbereitung auf den Tag, wenn du kommst, Herr. So bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort segnest für uns alle, Herr. Amen. Ja, wir haben letztes Mal, oder ich hatte das auf dem Herzen, letztes Mal mit euch in den Römerbrief hineinzugehen, Kapitel 8. Einfach aus dem normalen, aus der normalen Lese heraus. Wir sind ja eigentlich in Sprüche und lesen zusammen die Sprichwörter Salomos. Ich habe es aber auf dem Herzen gehabt, einfach diese Verse in Kapitel 8 vom Römerbrief, weil sie uns im Moment wirklich Wichtiges zu sagen haben. So empfinde ich. Und wir haben angefangen, die Verse in Kapitel 8 vom Römerbrief ab Vers 15. Und ich will diese Verse einfach nochmal lesen und dann wollen wir weitergehen, wollen wir weiterlesen. Und das Kapitel ist noch voll von sehr vielen wichtigen Wahrheiten, die Gott uns nahe bringen will. Und insofern ist es wichtig, dass wir diese Verse auch noch oder dieses Kapitel zu Ende lesen. Wir lesen in Kapitel 8, Vers 15. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann schlagt sie mal auf. Dann könnt ihr selber mitlesen. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 15. Denn ihr, und Paulus spricht hier zu den Gläubigen, zu der Gemeinde, zu den Christen, die in Rom sich befinden. Aber er spricht es zu allen Gläubigen, zu allen, die den Geist Gottes empfangen haben. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Wenn wir diesen Geist empfangen haben, warum muss Paulus uns das überhaupt sagen? Weil Paulus in den Versen davor eingegangen ist auf das Phänomen, was wir feststellen, beziehungsweise was Gottes Geist uns offenbart, dass dieser heilige Geist, den wir empfangen haben, die eine wichtige, wesentliche Kraft in uns ist, aber dass es auch noch eine andere Kraft gibt in uns. Paulus nennt es das Fleisch. Es ist diese Kraft, die in uns wirkt und uns zurückziehen will in unser altes Leben. In ein Leben, was nicht Gott im Mittelpunkt, im Zentrum hatte. Ein Leben, wo es nicht darum ging, Gott, unseren Schöpfer, zu verherrlichen, ihm Ehre zu bringen, durch unser ganzes Leben hindurch. Durch dem, was wir in unserem Herzen denken, was wir sagen und was wir tun. Das Fleisch ist immer noch da. Wir sind immer noch in diesem alten Körper. Deswegen nennt er das Fleisch. Es ist das, was sozusagen unser vergängliches Wesen, das alte Wesen, das alte, gottlose, vergängliche Wesen. Es ist das, was immer noch da ist. Und es hat auch immer noch Kraft. Paulus beschreibt es in Galater 5 als eine Kraft, die im Streit liegt mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist. Eine Kraft in uns, die sich wehrt gegen den Heiligen Geist. Aber Paulus beschreibt hier in Römer 7 und 8 auch, dass der Heilige Geist, den wir empfangen haben, eine Kraft ist, die stärker ist als die Kraft des Fleisches. Dass das Fleisch überwunden wurde. Es ist etwas, was am Kreuz von Golgatha Jesus vollbracht hat und was sich auswirkt in unserem Leben durch den Geist Jesu in uns. Paulus sagt es in Galater 5 so, diejenigen, die dem Christus Jesus angehören, dem König Jesus angehören, sie haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. In Römer 6 sagt Paulus, unser alter Mensch ist mitgekreuzigt, mit Christus. Wenn wir zu ihm gehören, wenn wir das auch oder der Ausdruck, der äußere Ausdruck davon ist die Taufe. Wir zeigen damit unser altes Leben, unser Fleisch, es gehört ans Kreuz, dieses gottlose Wesen. Ja, was unser Wesen ist, unser altes Wesen. Aber wir haben einen, wir sind ein neuer Mensch geworden, wir sind eine neue Schöpfung durch den Heiligen Geist. Und deswegen muss Paulus uns erinnern, deswegen muss Gott uns erinnern. Durch den Heiligen Geist erinnert uns Gott. Er erinnert uns daran, du hast diesen Geist empfangen. Und du hast nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Du hast einen Geist der Sohnschaft empfangen. Du bist ein Kind Gottes. Lebe darin. Wandel darin. Folge nicht deinem Fleisch, sondern folge dem Geist Gottes. Du, ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Ihr seid nicht von Angst bestimmt, sondern von der Liebe Gottes. Ihr seid bestimmt von dem Geist, der ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit ist. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Das ist unsere neue Stellung, unsere neue Position. Wir sind Kinder Gottes. Gott ist unser Vater. Und das ist so fundamental, so wesentlich, dass wir uns immer wieder dieser Tatsache bewusst werden, dass wir uns daran erinnern lassen, durch den Geist Gottes, der in uns ist, durch den Geist Gottes aber auch, der diese Schrift hier eingegeben hat. Er wirkt auf viele, viele verschiedene Arten und Weisen der Geist Gottes. Und er bringt uns immer wieder an diesen Punkt, dass wir uns erinnern, du bist ein Kind Gottes. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes und mit erben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Und das ist das Thema dieser folgenden Verse. Es geht Paulus darum, um eine Sache, die er schon gleich am Anfang den Gemeinden immer mitgegeben hat. Wenn er Gemeinden gegründet hat, er hat diesen Geschwistern immer mitgegeben, wir müssen durch viele Leiden hindurch in das Reich Gottes eingehen. Das Leben als Christ ist kein Zuckerschlecken, es ist kein Ponyhof, sondern es ist gespickt mit Leiden. Wir sind nicht sozusagen errettet und damit allen Leiden entrissen. Nein, wir gehen durch viele Leiden, so wie unsere Mitmenschen auch. Ja, noch mehr, wir gehen auch durch Leiden hindurch, durch die unsere Mitmenschen nicht gehen. Leiden um Christi willen. Verfolgung, Not. Aber Paulus sagt in Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und da sagt er, das wiegt einfach, die Herrlichkeit Gottes wiegt viel schwerer. Im Gegensatz, die Leiden dieser Zeit, sind wie eine leichte, kleine Feder gegenüber einem riesigen Fund Eisen oder Gold, was dem gegenüber auf der Waage liegt. Das Gewicht der Herrlichkeit ist viel größer als das Gewicht der Leiden. Und das sagt jemand, der Leiden durchlebt hat, wie wir letzte Woche auch gesagt haben. Und dann schreibt er weiter, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Und Erstlingsgabe ist sozusagen diese Vorauszahlung, dass, ja, sozusagen diese Anzahlung, wenn du so willst. Du hast schon eine Anzahlung bekommen, wie beim Autokauf. Du gibst eine Anzahlung und zeigst damit, ja, ich werde dieses Auto kaufen. Wir haben diese Anzahlung des Heiligen Geistes in uns. Aber das Eigentliche fehlt uns noch. Deswegen sagt Paulus, wir selbst seufzen in uns und erwarten die Sohnschaft. Wir erwarten diese Vollendung, dass wir, dass das sichtbar wird, was wir noch, was wir eigentlich schon sind, was aber noch nicht sichtbar ist, was noch verborgen ist. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Hier sagt Paulus einfach, wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, dass unser vergänglicher Leib auch umgewandelt wird in einen unvergänglichen. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Damit meint Paulus, das, was du siehst, das brauchst du nicht zu hoffen. Was du siehst, das hast du. Die Hoffnung ist etwas, wo du erwartest, dass etwas kommt. Und es ist nicht ein beliebiges Hoffen. Es ist nicht so ein Hoffen auf, aufs, ja, dass vielleicht morgen oder in zwei Wochen endlich, ja, die, die, ähm, Corona- Maßnahmen endlich zu Ende sind in drei Wochen. Und dass wir dann wieder Gottesdienst feiern können. Das ist so ein Haufen auf Ungewissheit hin. Wir wissen es nicht. Aber dieses hier, das wissen wir. Paulus sagt, wir wissen das. Das ist eine Hoffnung, die wir haben, die eine Gewissheit ist. Warum ist Paulus so gewiss, dass wir tatsächlich einen unvergänglichen Leib empfangen werden? Dass sich die Erlösung vollenden wird darin, dass wir nicht nur den Heiligen Geist in uns haben, in diesem schwachen, vergänglichen Leib, sondern dass wir tatsächlich Unvergänglichkeit erben werden. Dass dieser Tag kommen wird, wo kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist. Woher weißt du das, Paulus? Und Paulus sagt, ich weiß es, weil ich Jesus, den Auferstandenen, gesehen habe. Jesus, er ist am Kreuz gestorben. Er wurde ins Grab gelegt, aber er ist auferstanden am dritten Tag vom Tod. Das ist das, was jetzt kommt, Geschwister. In zwei Wochen wird Ostern gefeiert und wir werden es zu Hause feiern müssen. In unseren Häusern. Wir können nicht diese Gemeinschaft feiern. Zusammen. Und doch werden wir es auch hier in dieser Weise, in irgendeiner Weise, werden wir es miteinander verbunden, virtuell feiern. Mal sehen, was Gott uns da noch für Möglichkeiten erschließt und eröffnet. Da könnt ihr verbeten. Aber das ist die Grundlage und das ist die Gewissheit, die wir haben. Das ist diese Gewissheit, die uns der Heilige Geist gibt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Dadurch haben wir Vergebung unserer Sünden. Dadurch sind wir errettet, erlöst aus einer gottlosen Welt und sind Teil der Familie Gottes, sind Kinder Gottes geworden. Weil wir aber Kinder sind, so werden wir dasselbe erben, was Gottes Sohn geerbt hat. Das ewige, unvergängliche Leben. Die Auferstehung von den Toten. Und das ist eben nicht eine vage Hoffnung, sondern das ist eine gewisse Hoffnung. Und trotzdem sehen wir es noch nicht. Es ist noch nicht eingetreten. Wir leben ganz mit solchen ganz klaren Hoffnungen, Erwartungen. Wir wissen, wenn Jesus nicht wiederkommt und die Zeiten beendet werden, das Ende der Zeiten kommt, wissen wir, dass morgen Montag ist. ich erwarte meinen freien Montag. Ich erwarte diesen Tag morgen, wenn auch meine Kinder Ferien haben und wir einfach mal ganz genüsslich den Tag in Ruhe beginnen werden. Das ist nicht eine vage Hoffnung. Vielleicht ist morgen Montag. Vielleicht werde ich morgen frei haben. Nein, ich weiß es. Es wird so sein. Und natürlich kann alles mögliche dazwischen kommen. Und das hat Jakobus gesagt. Ihr seid ihr Menschen. Ihr habt solche Erwartungen. Ihr macht eure Pläne. Und dann kommt es am Ende ganz anders. Ihr wisst doch gar nichts von der Zukunft. Wenn ihr plant als Kinder Gottes, dann plant mit Gott. Und sagt, wenn der Herr will, wenn Gott will, dann werden wir leben und dies oder das tun. Wir haben also eine klare, eine feste Erwartung. Wir haben eine gewisse Hoffnung. Aber wir sehen es noch nicht. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung, aber die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wisst ihr, wenn das eine ungewisse Hoffnung wäre, dann würde ich nicht mit Ausharren darauf warten. Sondern dann würde das egal sein. Geschwister, und ich sage es wirklich mit einem traurigen Herzen, es gibt viele Christen, die nicht diese gewisse Hoffnung, diese gewisse Erwartung in ihrem Herzen haben, die sie nicht pflegen, sondern die leben wie die verlorenen gottlosen Menschen. sie leben im Fleisch, weil sie nicht diese Erwartung, diese Hoffnung in sich tragen, weil das nicht ihr Antrieb ist. Paulus sagt, das ist mein Antrieb, ich weiß, ich steuere auf etwas zu, ich warte mit Ausharren auf den Tag, wenn sich das erfüllen wird. Warum ist das so wichtig, dass wir diese Hoffnung nähren, dass wir uns von dieser Hoffnung wirklich leiten lassen in unserem Leben, weil es unsere Prioritäten richtig setzt. Es geht eben nicht um meinen freien Tag morgen. Es geht nicht um irgendeinen Urlaub, den wir geplant haben und der vielleicht ins Wasser fällt wegen Corona, sondern es geht um die ewige Herrlichkeit. Es geht um das Reich Gottes. es geht um die Ehre Gottes in unserem Leben. Wir sind geschaffen und wir haben uns nicht selbst gemacht. Wir leben nicht für uns selbst, sondern für Gott. Und das setzt unsere Prioritäten ganz anders in unserem Leben. Wenn wir diese Hoffnung wirklich Raum geben in uns, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, dann haben wir eine ganz andere Lebensperspektive. Es geht jetzt hier weiter in Vers 26 mit einem Ebenso. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Er spricht jetzt, er hat von der Schöpfung gesprochen, dass die Schöpfung seufzt und wartet. Wir haben gelesen, dass wir selbst als erlöste Kinder Gottes, die wir den Geist haben, trotzdem immer noch im Fleisch sind und warten und seufzen in uns. Es ist nicht einfach. Wir haben es mit Leiden zu tun. Es ist nicht einfach. Wir seufzen in uns und warten und sehnen uns nach dem Tag der vollständigen Erlösung. Und dann steht hier dieses ebenso und dann wird auf den Geist Bezug genommen. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist selbst seufzt. Er sehnt sich nach dem Tag der Vollendung, der Erlösung. der Heilige Geist selbst sehnt sich danach. Gott sehnt sich nach diesem Tag. Geschwister, es sind zwei Kräfte, die in Gott am Wirken sind. So offenbart uns das die Schrift. Das eine ist sein sehnsüchtiges Verlangen, dass diese Erde gereinigt wird von aller Sünde. Dass der Sohn Gottes regiert in Gerechtigkeit über diese Erde. Dass alles Böse weichen muss, das ist Gottes große Sehnsucht. Das ist Gottes großes Ziel, das liest du überall in der Bibel. Das ist Gottes Ziel. Er sehnt sich danach, dass endlich Gerechtigkeit auf dieser Erde regiert. Er sehnt sich nach dieser reinen Schöpfung, die er am Anfang geschaffen hat, die aus seiner Liebe heraus geflossen ist. Er sehnt sich nach einer Welt, wo die Liebe, die Agape Liebe regiert. Das andere ist, und deswegen haben wir noch nicht diesen Tag, das andere ist, dass aus seiner Agape Liebe er uns Sünder, seine sündige, gefallene Schöpfung liebt. So sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn das kostbarste was er hat gibt, damit alle die an ihn glauben, an diesen Sohn Gottes glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Er möchte, Menschen gerettet werden aus dieser Welt. Er möchte nicht, dass die Gottlosen im Gericht verdammt werden, in die Verdammnis hineinkommen, sondern dass sie gerettet werden, dass sie umkehren und gerettet werden. Und das sind diese beiden Kräfte. Gott zögert nicht, wie Petrus sagt im zweiten Petrusbrief Kapitel 3, er zögert nicht. Es ist nicht so ein, ach ja, soll ich jetzt das Ganze abschließen, soll ich jetzt ein Ende setzen, soll ich jetzt das große Gericht über diese Erde kommen lassen, meinen Zorn ausgießen über die Erde oder nicht. Ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht. Ist das so anstrengend, ist das so schwierig? Nein, Gott ist bereit, seinen Zorn auszugießen, darum geht es nicht. Aber er wartet noch, sagt Petrus, aus seiner Liebe heraus gegenüber denen, die in Sünde leben. Und das betrifft beide. Es betrifft die verlorenen Sünder. Er wartet, weil er möchte, dass noch Menschen gerettet werden. Die Zahl ist noch nicht voll. Es ist ein Mysterium für uns, wie lange diese Zeit des Wartens gehen wird, wie viel Geduld der Herr noch hat mit dieser Menschheit, wie lange er warten wird, ich weiß es nicht. Aber Petrus sagt uns, er hat noch Geduld. das ist der Grund, warum das Ende noch nicht gekommen ist. Er hat Geduld mit den Sündern und er möchte, dass Menschen zur Umkehr kommen. Das ist der Grund. Aber nicht nur die da draußen, sondern er sagt, Petrus sagt im zweiten Petrusbrief Kapitel 3, euch, er spricht die Gemeinde an. Er sagt, auch ihr, Buße tut, dass ihr euch reinigt. Er möchte nicht, dass ihr ins Verderben rennt, als seine Kinder. Er möchte, dass ihr Buße tut. Und das sagt er auch in Offenbarung an die Gemeinden, in den Sendschreiben an die Gemeinden, in Offenbarung 2 und 3. Da warnt er Ephesus und sagt, pass auf, wenn du nicht Buße tust, dann wird dein Leuchter umgeschmissen. Dann wirst du nicht Teil dieser Gemeinde sein. Wer Buße tut, der wird nicht in das Gericht kommen. Aber er warnt die Gemeinden, die auf Abwegen sind, die auf Abwege gekommen sind. Er warnt seine Kinder, die auf Abwege gekommen sind. Also, Gott wartet, aber Gott sehnt sich. Sein Heiliger sehnt sich nach dem Tag, dass die Erlösung sich vollendet, dass die neue Schöpfung Realität wird. Und deswegen, der Geist in uns sehnt sich auch nach dem Tag. Das ist der Geist, der in uns ruft, komme bald, Herr Jesus, komme bald. Wir haben auch beides in uns, oder? Manche, wir haben diese Kraft in uns, den Geist Gottes, die Liebe Gottes, die sagt, ach Herr, warte noch, da ist noch ein unerlöster Verwandter, der soll doch noch erlöst werden. Ein unerlöster Nachbar, ein unerlöster Freund. Wir haben diese Sehnsucht in uns, dass die Verlorenen erlöst werden, aber wir haben auch diese Sehnsucht in uns, Herr, komme bald, mach ein Ende, schenk doch, dass endlich das Reich Gottes sichtbar, herrlich anbricht hier auf dieser Erde. So seufzen wir in uns, der Heilige Geist seufzt in uns. Und ich finde so schön, wie er hier sagt, wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Das ist ein Trost, das ist eine Ermutigung. Paulus, der Beter vor dem Herrn, wenn wir seine Gebete in den Briefen lesen, das sind so vollmächtige, so geistliche Gebete. Da geht es nicht irgendwie darum, ach Herr, bitte schenkt das irgendwie, ja, dass ich meinen Job nicht verliere oder dass ich irgendwie, ach Herr, gib doch bitte, dass ich erfolgreich bin im Beruf oder Herr, bitte schenkt doch, dass ich eine tolle Ehefrau finde oder so. Das sind keine selbstsüchtigen Wünsche. Seine Gebete sind vollmächtig, darum geht es um die Verherrlichung Gottes, da geht es um die geistliche Reife der Geschwister. Aber er sagt, wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Wir wissen gar nicht, wie wir Gott begegnen sollen. Aber der Geist weiß es, der Heilige Geist weiß, wie man Gott begegnet. Der Heilige Geist weiß, wie man mit Gott redet. Also mach dir keinen Kopf darum, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst. Paulus sagt, wir wissen es nicht, wir brauchen übernatürliche Hilfe. Und wisst ihr, das ist es, glaube ich, was die Jünger erkannt haben. In Lukas 11 steht geschrieben, die Jünger kamen zu Jesus und sagen, Herr, lehre uns beten. Sie haben Jesus beten sehen und sagen, Herr, lehre uns beten. Sie haben nicht gesagt, Herr, lehre uns, wie man betet, sondern, Herr, lehre uns beten. Sie haben gemerkt, das, was wir so machen, wenn wir sagen, wir beten, das ist irgendwie gar kein Gebet. Das, was du tust, das ist beten. Das ist mit dem Vater sprechen. Und letztendlich geht es darum, dass wir nur durch den Heiligen Geist wirklich unseren Vater im Himmel gebührend anbeten können, zu ihm beten können, aus seinem Geist heraus. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Wisst ihr, und der Heilige Geist hier steht in unaussprechlichen Seufzern, vielleicht kriegst du gar keine Worte raus. Und trotzdem ist in deinem Herzen der Heilige Geist am Beten. Und du stammelst dir was zurecht, du seufzt dir was zurecht. Es sind gar keine bestimmten Worte, die du aussprichst. Und trotzdem sagt Paulus, mach dir keine Sorgen, Gott erforscht die Herzen. Er ist dein Herz in der Tiefe, viel besser als du dich selbst kennst. Und er versteht, was der Heilige Geist seufzt. Er weiß, was sein Geist sagt. Und die Hoffnung oder die Zugversicht, die Paulus hier sagt, ist, der Heilige Geist, er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Er ist ein Fürsprecher. Und das Wunderbare ist, nachher in Vers 35 wird uns gesagt, dass Christus unser Fürsprecher ist. Er verwendet sich für uns. Im Hebräerbrief wird uns gesagt, dass Jesus zu rechten Gottes ist und für uns betet beim Vater. Er ist unser Fürsprecher. Jesus betet für uns. Der Heilige Geist betet für uns. Der Heilige Geist, der in uns lebt, betet für dich. Du hast großartige Fürsprecher beim Vater. Und sie sprechen so, dass es Gott gemäß ist, dass es Gott wohlgefällig ist. Deswegen ist es so wichtig, Geschwister, dass wir im Heiligen Geist beten, wie Judas das in seinem Brief schreibt. Betet im Geist. Nicht aus dem Fleisch heraus. Jakobus sagt es in seinem Brief, Kapitel 4, sagt er, ja, ihr betet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet. Du kannst aus dem Fleisch heraus beten und das macht Gott keine Ehre. Jesus spricht über das Gebet und er sagt, es gibt Menschen, die beten fleischlich, um gesehen zu werden, um irgendwie Eindruck zu schinden vor den anderen Gläubigen. Sie beten nicht aus dem Heiligen Geist heraus. Lass uns da wirklich Gott suchen, dass wir und Geschwister, es geht eben nicht darum, die tollen Worte zu machen. Manchmal haben wir so den Eindruck vielleicht im Gottesdienst, da sind dann Leute da, die beten ganz langes tolles Gebet und wir sind beeindruckt und sagen, der hat aber schön gebetet. Geschwister, darum geht es nicht. Es kann sein, dass das Stammeln und Seufzen einer gequälten Seele aus dem Heiligen Geist Gott viel mehr Ehre macht. Wir sehen das im Tempel, Jesus hat das als ein Gleichnis erzählt von diesem Pharisäer und von dem Zöllner. Der Pharisäer, der steht und seine tollen Worte formuliert, seinen Dank Gott gegenüber und am Ende sagt Jesus, er ging nach Hause und war nicht gerechtfertigt, weil er selbst gerecht war. Aber da stand hinten einer, der schlug sich an die Brust und sagte, Herr, sei mir dem Sünder gnädig, mehr hat er nicht rausgekriegt. Und Jesus sagt, das ist das Gebet, was Gott wohlgefällig war. Paulus fährt fort in Kapitel 8, in Vers 28 und sagt, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Er kommt zurück zu dem Thema, wir werden mit verherrlicht. Als Kinder Gottes ist das Ziel unseres Weges die Verherrlichung. Das ist unser Erbe, die Herrlichkeit Gottes. Das ist das, was Gott für uns vorbestimmt hat. Paulus kommt zurück auf die Leiden. Er sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Geschwister, wir müssen diesen Vers richtig verstehen. Dieser Vers ergeistert herum in einer säkularen Variante, die sagt, alles wird gut. Alles wird gut. Ja, für den Christen ist das wahr. Alles wird gut. Und auch aus der Gesamtperspektive, aus objektiver Sicht, von Gottes Sicht her, alles wird gut. Aber es ist nicht falsch zu verstehen. Das bedeutet nicht, dass es für jeden Menschen alles gut wird. Für den Menschen, der gottlos ist, ist das ein irreführender Spruch. Alles wird gut. Denn für ihn, wenn er sich nicht bekehrt, wenn er nicht umkehrt zu seinem Schöpfer, wenn er nicht Jesus als seinen Erlöser annimmt, dann wird nicht alles gut für ihn. Er läuft den breiten Weg mit den vielen, die in die Verdammnis gehen. Für ihn wird nicht alles gut. Hier steht denen, die Gott lieben. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben. Die Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der alles gemacht hat. Die Gott, der die Liebe in Person ist, die Agape Liebe. Die Gott, diesen heiligen, herrlichen, gerechten Herrn lieben, der seine wunderbaren Gebote uns gegeben hat. die Gott und alles, was zu ihm gehört, lieben, seinen Charakter, seinen Wesen. Alle, die Gott lieben und Gott lieben heißt nicht einfach nur ihn gut finden. Paulus sagte, ich finde ja gut, was Gott sagt. Ich finde sein Gesetz gut. Aber in mir ist eine Kraft, die dagegen rebelliert und sie setzt sich durch. Sie ist die stärkere in mir. Das sagte ein Römer 7 über seinen Zustand als gläubiger Jude, der aber den Heiligen Geist noch nicht empfangen hatte, der nicht errettet war durch den Christus. Er kannte das Gesetz Gottes und er sagt, das ist doch gut, nicht zu morden, nicht die Ehe zu brechen, Gott die Ehre zu geben, aber ich finde in mir eine Kraft, die mich dazu bringt zu begehren, was nicht meins ist. Und ich kann dieser Kraft nicht widerstehen. Ja, in einer gewissen Art und Weise liebte Paulus, bevor er erlöst war, Gott. Er dachte, er tut Gott etwas Gutes, indem er die Christen verfolgt hat. Er war ein religiöser, gläubiger Mann. Er glaubte an Gott. Aber er war nicht von neuem geboren. Er war kein Kind Gottes durch den Heiligen Geist. Er war nicht gereinigt von seiner Sünde. Er hatte nicht den Geist Gottes empfangen. Denn nur der Geist Gottes befähigt uns Gott zu lieben, wie es ihm gebührt. So wie unser Gebet nur durch den Heiligen Geist ein Gebet ist, was Gott Ehre gibt, was Gott wohlgefällig ist. Also die Gott lieben, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Und das heißt, auch die Leiden, die auf einen Christen kommen. Und Paulus sagt ganz unweigerlich, wir leiden, wir werden leiden, du wirst leiden, das gehört zu deinem Leben als Christ dazu. Es wirkt zum Guten mit. Und was ist das Gute? Und das sagt er am Ende hier. Er sagt, oder wenn er hier weitergeht, er sagt, das Gute, was Gott nämlich vorhat, ist deine Verherrlichung. Und wodurch oder wie wirst du verherrlicht sein? Du wirst verherrlicht sein, am Ende, wenn du dem Bild seines Sohnes gleichförmig bist. Wenn du sein wirst wie Jesus. Du wirst einen unvergänglichen Leib empfangen, aber noch viel mehr, dein Geist, deine Seele wird gereinigt sein, von aller Sünde. Du wirst voller Liebe sein, du wirst das Wesen Gottes in dir tragen. Die Frucht des Geistes ist ein erneuerter Charakter. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Treue, Sanftmut, Güte, Freundlichkeit, Milde, das ist alles in Galater 5, Vers 22 und 23, könnt ihr das nachlesen. Das ist die Frucht des Geistes. dieser erneuerte Charakter. Es ist nicht nur der unvergängliche Leib, den wir empfangen, sondern das, was schon jetzt wirkt, ist der Heilige Geist in uns. Er verwandelt uns schon in das Ebenbild Christi. Unsere Seele wird umgewandelt in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist das Ziel, dass wir umgewandelt werden in das Ebenbild Gottes, dass wir das sind, wofür wir eigentlich geschaffen sind. Am Anfang hat Gott gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, die uns ehrlich sind, die uns gleich sind. Und das sollen wir werden. Das ist das Ziel Gottes. Das ist das Gute, was Gott vorhat in deinem Leben. Nicht, dass du immer fett zu essen hast, dass du einen guten Job hast, dass du ein dickes Bankkonto hast, dass du ein Haus hast, eine große Familie hast. Das sind nicht die Ziele Gottes. Das ist nicht das Gute, was Gott vorhat. Das sind die zeitlichen Dinge. Ja, das sind alles Segnungen, das sind gute Gaben Gottes, die wir genießen dürfen, über die wir uns freuen dürfen. Aber Geschwister, das ist nicht das Ziel Gottes mit uns. Das Ziel Gottes ist die Herrlichkeit, die ewige Herrlichkeit. Und die erben wir, empfangen wir, wenn wir dem Bild seines Sohnes gleichförmig gestaltet sind. Und das geschieht, Geschwister, vor allen Dingen auch durch Leiden. Weil in Hebräer wird uns gesagt, dass der Sohn Gottes, Jesus, durch Leiden vervollkommnet wurde. Sein Weg war hinab in diese Erde und Gott gehorsam sein, unter den Bedingungen dieser sündigen Welt, Gott gehorsam zu sein, bis zum Ende, bis zum Tod am Kreuz. Darum, wurde er erhöht. Geschwister, und das ist das. Er schenkt uns das. Er schenkt uns, dass wir das Ziel erreichen. Es ist uns schon gegeben. Wir haben es empfangen. Und trotzdem stehen wir in diesem Prozess. Wir stehen, wir haben die Erlösung empfangen. Sie wird sich vollenden. Aber bis dahin gehen wir durch einen Prozess. und der gehört zu dieser Erlösung dazu. Dieser Weg durch dieses Leben, auch durch die Leiden dieses Lebens. Du kommst da nicht drum rum. Nein, Paulus lehrt es uns, es anzunehmen als etwas, was dem ganzen Ziel dient. Es wirkt mit zu dem Guten. Alle Dinge. Alles, was du durchlebst. dient am Ende der Vollendung. So kannst du die Dinge in deinem Leben ganz anders. Wisst ihr, Gottes Liebe, seine Zuwendung ist nicht abhängig von deinen Lebensumständen. Deine Liebesbeziehung zu Gott besteht unabhängig von den Lebensumständen, in denen du lebst. Ob du allein bist, ob du verheiratet bist, ob du in einer Familie lebst, ob du reich bist oder arm bist, ob du Mann oder Frau bist, ob du eine verantwortungsvolle Position hast oder ganz untergeordnet bist, ob du großen Einfluss und Macht hast oder überhaupt keine Macht hast, völlig ohnmächtig bist, ist völlig unabhängig. Deine Liebesbeziehung zu Gott besteht unabhängig davon, weil sie alleine gründet darauf, was Jesus Christus für dich getan hat. Er hat dich geschaffen und er hat sein Leben für dich gegeben und du bist sein Kind, weil du ihm geglaubt hast und er seinen Geist in dich hineingelegt hat. So bist du ein Kind Gottes, ein Erbe Gottes. Du sollst seinem Ebenbild gleich gestaltet werden und sollst mit Christus regieren. Das ist Gottes Plan für dich, Gottes Ziel, völlig unabhängig von deinen ganzen anderen Lebensumständen. Nein, vielmehr die Lebensumstände, in denen du lebst. Gott ist der Herr darüber und all das, was geschieht, wirkt zum Guten mit. Das heißt, Gottes Segen ist über deinem Leben, egal welche Lebensumstände du durchläufst. Wenn du eine Zeit hast des Friedens, der Freude, dann ist Gott da, um dich zu segnen, um dich zu ermutigen, um dich aufzuerbauen und du kannst diese Dinge genießen und aus ihnen Kraft schöpfen und davon teilen, weitergeben, von dem Reichtum, den du vom Herrn empfangen hast und kannst dadurch Christus ähnlich werden. Und wenn du durch eine schwere Zeit des Leidens gehst, bedrückt und keiner ist da, du bist alleine, niemand kümmert sich um dich, alle haben dich im Stich gelassen. Auch diese Situation gebraucht Gott, um dich Christus ähnlicher zu machen, weil Jesus dasselbe durchlebt und durchlitten hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Jetzt kommt er auf diesen Gedanken der Berufung. Diejenigen, die Gott lieben, sind Berufene. Wer ist alles dazu berufen, Gott zu lieben? Frag ich dich. Gib mal eine Antwort. Wer ist berufen dazu, Gott zu lieben? Alle. Alle sind dazu berufen. Das Gebot heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. zu lieben heißt, ihn zu ehren, ihm den Thron in deinem Leben zu geben, ihn Herr sein zu lassen, ihm auch gehorsam zu sein, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, für den König, für den Herrn, ihm folgen. Dazu sind alle berufen, alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wie gesagt, es gilt allen, dieser Wunsch Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden, aber dass am Ende mein ganzes Leben alles, was ich durchlebt und durchlitten habe, mir zum Guten mitwirkt, entscheidet sich daran, ob ich Gott liebe, ob ich seinen Geist empfangen habe, ob ich sein Kind geworden bin. Und Vers 29 steht, denn die er vorher erkannt hat. Und dieses Wort bedeutet, Gott hat es vorausgesehen. Und das ist etwas, das ist ein Geheimnis, was schwer zu erfassen ist für uns. Gott weiß, was morgen ist. Wir wissen es nicht. Gott weiß es aber. Gott wusste, bevor er die Welt geschaffen hat, was kommen würde. Und dann kommen wir in Regionen rein, wo wir echt uns Fragen stellen, da kannst du wirklich, da können Menschen wirklich große Zweifel bekommen, wenn sie anfangen, diese Geheimnisse versuchen zu ergründen. und ich glaube, deswegen kommen Menschen in große Zweifel hinein, weil wir können das nicht durchdenken. Wir maßen uns nämlich dann an, uns in die Position Gottes hinein zu setzen. Wenn wir sagen, wenn ich das gewusst hätte, was da passieren würde, wenn ich diese Welt geschaffen hätte und dann diese wunderbare, gute, sehr gute Welt und dann diesen Baum da in den Garten gepflanzt hätte und dem Adam gesagt hätte, du sollst nicht davon essen, sonst wirst du sterben und ich gewusst hätte, dass er es trotzdem tun würde, dann hätte ich das doch alles nicht gemacht. Wenn ich gewusst hätte, was alles für Elend und Leid auf dieser Erde kommen würde, dann hätte ich doch diese Erde nicht so geschaffen. Wie kannst du nur Gott, sagen wir dann. Und wir maßen uns an, uns an die Stelle Gottes zu setzen und meinen, dass wir es besser wissen als er. Das ist ein Geheimnis für uns, wir können das nicht verstehen. Ich kann es nur ein bisschen erahnen, ich schmecke es, wenn ich so tief mit Gott verbunden bin, durch den Heiligen Geist, seine Nähe erlebe, erfahre, seine Liebe, wie Paulus das so schön in Römer 5, das ist so ein wunderbarer Vers, mir geht das immer wieder durch den Kopf, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Geschwister, manchmal spüren wir das auch, manchmal geht das auch in unser Gefühl über. Das ist nicht, das Gefühl ist das nicht. Das Gefühl ist eine Auswirkung davon, etwas was wir spüren in unserer Seele, nur weil wir das nicht immer spülen, spülen, schön, aber schau, nur weil wir das nicht immer spüren, heißt das nicht, dass der Heilige Geist nicht in uns ist. Aber manchmal spüren wir das auch, manchmal fühlen wir das auch und manchmal haben wir solche intensiven Momente der Gemeinschaft mit Gott und wir spüren das auch in unserer Seele und dann sind wir so erfüllt und sagen boah, das ist die Liebe, das ist die Liebesbeziehung, das ist diese wunderbare Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch, diese Einheit, dieser Friede, diese Geborgenheit, diese Verbundenheit und wenn wir das so spüren, dann erahnen wir vielleicht, warum Gott das alles, obwohl er das wusste, es trotzdem gemacht hat, weil nur aus der Freiheit heraus wirkliche Liebesbeziehung stattfinden kann. und alle, die jetzt dann noch weiter gehen in ihrem Philosophieren und sagen, aber hätte Gott nicht eine Welt schaffen können, wo Liebe stattfinden könnte, ohne freien Willen? Ich weiß es nicht, es ist nun mal so. Wir können da viel drüber philosophieren, mach es doch besser, sage ich dir. Schaffe eine Welt, wo das anders ist. Wisst ihr, so oft haben Menschen versucht, die es gut gemeint haben, eine Sache. Der Kommunismus ist eigentlich dieser Versuch, eine Gesellschaft herbeizuführen oder der Sozialismus, eine Gesellschaft herbeizuführen, wo die Menschen sich lieben, eine bessere Welt. Und was ist dabei rausgekommen, Geschwister? Furchtbare, schlimme Diktaturen unter Stalin, unter Mao, ein furchtbares Hingemetzel von Millionen von Menschen, ein Polizeistaat, wie wir ihn in der DDR hatten. Das ist das, wenn wir versuchen, es besser zu machen, Geschwister, wir können uns nicht an diese Stelle Gottes setzen, wir kriegen das nicht hin. Wir können das nur so annehmen. Das ist Gottes Weg gewesen, er wusste, dass das kommt und er hat es dennoch gemacht, er hat die Welt geliebt und hat den Schmerz in Kauf genommen. Und wisst ihr, er ist ja nicht fern geblieben, er ist ja nicht auf Wolke sieben geblieben und hat sich den Schmerz angeguckt, nein, er ist ja hinabgekommen in diesen Schmerz, in dieses Elend. Auch das hat er vorher gesehen, was es kosten würde, eine Welt in Freiheit, eine Welt, wo die Liebe in freier Wahl geschehen soll. Er wusste, was es ihm auch kostet und er hat diese Kosten überschlagen und er hat das Risiko eingegangen und hat die Welt geschaffen und hat dann auch seinen Sohn gesandt zur Erlösung, der sich hingegeben hat am Kreuz von Golgatha auf die schlimmste Weise hingerichtet wurde, um uns seine Liebe zu zeigen. Er hat es vorher erkannt, denn die er vorher erkannt hat, ja er hat gesehen, es wird Menschen geben, die auf diese Liebe, die ich ihnen zeige, antworten werden, die darauf eingehen werden und die sind vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Alle Menschen, die auf Gottes Ruf antworten, alle die, er beruft ja, er ruft ja alle, alle die darauf antworten, sie werden, sie sind dazu vorherbestimmt, das ist das Ziel Gottes mit jedem Menschen, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden sollen. Damit er der Erstgeborene ist, unter vielen Brüdern, unter vielen Geschwistern, wir sind dann alle Geschwister mit Jesus, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen und das ist es, es startet alles mit dem Ruf Gottes in dein Leben hinein. Damit hat es angefangen, dass Gott dich gerufen hat. Du hast nicht selbst Gott gesucht und gefunden, nein, irgendetwas hat dich dazu gebracht, Gott zu suchen. Der Anstoß kam von ihm, der Ruf kam von ihm und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Du bist nicht aus dir selbst heraus gerechtfertigt, sondern durch das, was Christus für dich getan hat. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und das ist sozusagen das Ziel Gottes. Du bist berufen, durch den Glauben an Christus bist du gerechtfertigt und wenn du vollendet sein wirst, wirst du verherrlicht sein. Das ist das Ziel Gottes mit unserem Leben. Möge diese Dinge, diese Wahrheit Gottes uns so sehr erfüllen, so einen wichtigen Raum in uns einnehmen, dass wir anders leben, dass die Menschen um uns herum tatsächlich das sehen. Warum bist du in deinem ganzen Leiden dennoch so zuversichtlich? Warum bist du so anders? Wisst ihr, warum Menschen das fragen? Weil wir diese Gewissheit in uns haben, wie Paulus sie beschreibt. Wir wissen, wir werden das Ziel erreichen, so schwer auch unsere Leiden sein mögen. Und das ist der Trost, den wir wirklich geben können, Geschwister. Der Trost ist nicht, alles wird gut. Sondern der Trost ist, lerne den kennen, der dein ganzes Leben verwandeln wird, der dein ganzes Leben unter ein ganz anderes Vorzeichen setzen wird. Es gab mal früher so eine evangelistische Aktion, vom Minus zum Plus. Dein ganzes Leben kriegt eine ganz andere Bedeutung. Alle Dinge werden dir zum Guten mitwirken, wenn du dich einlässt auf den Ruf Gottes, wenn du ihn liebst. Ja, Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir für die Offenbarung deines Geistes in deinem Wort, dass du uns zeigst, was wahres Leben ist, dass du uns zeigst, diese ganz andere Lebensperspektive und wir beten, dass diese Perspektive deines Heiligen Geistes in uns groß wird und unser ganzes Denken umgestaltet, unser ganzes Denken erneuert, unsere Herzen erneuert, unser Leben erneuert. Herr, wir wollen deinem Sohn gleichförmig werden, Vater. Wir wollen Jesus ähnlich werden. Wir wollen zulassen, dass der Heilige Geist dieses Werk tut und durch Lebensumstände, wie es dir gefällt, wir vertrauen dir, dass das, was du uns jetzt hier gegeben hast, diese Lebensumstände, in denen wir leben, dass das von dir ist. Herr, und wir beten, dass wir uns darauf einlassen können, auf diesen, auf diese, auf deine Gedanken, Herr, sind deine Gedanken, dass wir uns einlassen können, auf das, wie du unser Leben siehst, dass wir uns einlassen können, auch auf das Ziel, was du mit unserem Leben hast. Herr, hilfst du uns, dass wir das annehmen und dass wir uns von deinem Geist leiten und treiben lassen, unser Fleisch überwinden, unser Fleisch kreuzigen und in deinem Geist wandeln und so ein Zeugnis sind in dieser Welt für deine Herrlichkeit, Herr. Herr, wir preisen dich und danken dir für dieses wunderbare Ziel, was du unserem Leben bestimmt hast. Wir wollen das annehmen, weil du der Herr unseres Lebens bist. Wir wollen uns daran freuen und wir wollen darauf zurennen und mit Ausharren darauf warten. Hilfst du uns durch die Kraft deines Geistes, Herr. Amen.